Freundinnen und Freunde der Astrologie, liebe Community, macht euch bereit für einen epischen Februar. Venus und Mars, das himmlische Liebesduo, vereinen sich im vibrierenden Wassermann, begleitet von Pluto, dem Meister der Transformation. Das verspricht eine Achterbahn der Gefühle und Liebesthemen gehen unter die Haut. Aber auch gesellschaftliche Veränderungen und Fortschritte stehen an. Aber welche Auswirkungen hat das auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten? Was bedeutet es für euer praktisches Leben, die Liebe, den Beruf und eure Herzensprojekte? All das und mehr erfahrt ihr in diesem spannenden Beitrag. Lasst euch die kosmischen Insights nicht entgehen. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast, zum großen Monatshoroskop im Februar mit den Tendenzen für alle Sternzeichen und Aszendenten. Diesmal zeichne ich in meinem improvisierten Sternenstudio in Miami auf. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr findet den Timecode für euer Sternzeichen in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes und zwar unter dem Horoskope-Shop. Aber bevor wir einsteigen, gibt es noch Geschenke und eine Verlosung. Und anschließend tauchen wir ein in einen faszinierenden Monat voller Liebe, Leidenschaft, vielleicht ein bisschen Chaos und spannenden gesellschaftlichen Entwicklungen. Fangen wir an mit dem Rabattgeschenk. Pluto ist im Wassermann angekommen. Und wenn ihr wissen wollt, wo sich der mächtige Wandlungspanet jetzt in eurem persönlichen Horoskop befindet und welche Lebensbereiche er bei euch transformiert, dann möchte ich euch das große Pluto-Horoskop, so transformierst du dein Leben, ans Herz legen. Entdeckt darin die geheimen Superkräfte der Transformation, Selbstermächtigung und Erneuerung, die Pluto euch schenken kann. Erfahrt, wie Liebe, Erfolg oder Krisen euch verändern und das Beste in euch zutage fördern. Sichert euch jetzt euer Pluto-Horoskop mit 20% Rabatt. Die Aktion gilt bis zum 29. Februar. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Außer dem Rabattgeschenk habe ich noch ein Gewinnspiel für euch. Aus Anlass des Valentinstags und des leidenschaftlichen Treffens von Venus und Mars verlose ich diesmal ein Partner-Horoskop. Und ihr nehmt teil, indem ihr meinen YouTube-Kanal abonniert oder schon abonniert habt. In jedem Fall bitte aktiviert unbedingt das Benachrichtigungsglöckchen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und postet mir hier einen netten Kommentar. Mehr Infos zum Gewinnspiel gibt es außerdem noch am Ende dieses Videos im Service-Teil. Und hier ist der glückliche Gewinner aus der Verlosung im Januar. Ein Pluto-Horoskop gewonnen hat Mega Mr. Big. Vielen Dank für dein tolles Feedback. Ich freue mich besonders, dass du findest, bei mir sind Professionalität und Seriosität garantiert. Das bedeutet mir viel. Bitte melde dich bei uns unter unserer Mail service at antonialangstorff.com und schick uns deine Geburtsdaten, damit wir dir dein Horoskop zusenden können. Jetzt wollen wir uns die Konstellationen im Februar anschauen. Und der Februar wird dominiert von den Planetenkräften im Wassermann, wo jetzt Pluto steht. Es wirkt so, als wollten alle dem großen Transformationsplaneten ihre Aufwartung machen. Mit der Sonne hat er sich schon im Januar getroffen. Und im Laufe des Februars folgen nun auch Denkplanet Merkur, Kämpfer Mars, Liebesgöttin Venus und auch der Neumond im Wassermann. Das sind unglaublich vitale Kräfte, die da aufeinandertreffen und wahrscheinlich vieles in Bewegung setzen werden. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, diese Kräfte können im Hinblick auf die Liebe und die Beziehung womöglich auch zum einen oder anderen Drama führen. Venus und Mars sind Liebe und Leidenschaft, Pluto ist die Kraft der Transformation. Das heißt, Beziehungen und Liebesbegegnungen bleiben nicht an der Oberfläche, sondern gehen unter die Haut und verändern uns. Im exzentrischen Zeichen Wassermann kann sich das zunächst auf der geistigen Ebene abspielen, durch gewagte Thesen, Provokationen, sogar neue Erfindungen und auch durch gesellschaftliche Wellen, wie zum Beispiel Proteste und Demonstrationen. Unser Freiheitsdrang ist geweckt. Gleichzeitig streben Venus und Mars nach Verbindung und Leidenschaft. Ihr seht schon, das ist eine ganz heiße Mischung. Dazu kommt, dass der Wassermann als unberechenbar gilt. Er lässt sich nicht festlegen und möchte keinen vorgegebenen Regeln folgen und die Dinge auf seine eigene Art tun. Im Februar werden insgesamt fünf wichtige Planeten durch den Wassermann laufen und diese Themen von Freiheit, Zukunft, Anderssein und Rebellion immer wieder aktivieren. Das sind High-Energy-Schwingungen, die uns der Kosmos jetzt sendet. Zum Glück ist in Rheinland Karneval und alle, die über die Stränge schlagen wollen, haben die Gelegenheit, sich auszutoben. Gleichzeitig wirken die Konstellationen auch wie ein großer kosmischer Motor, der Veränderungen und den Fortschritt vorantreibt. So mancher ist wahrscheinlich mit Liebe und Begeisterung dabei, Neues zu erfinden und die Zukunft mitzugestalten. Die Zeit, in der alles seinen ruhigen, behäbigen Gang ging, ist eben jetzt vorbei. Jetzt sind wir in der beweglichen, volatilen Luft-Epoche angekommen. Da gibt es starke Ausschläge nach oben und nach unten, wie wir es im Januar ja schon beim Wetter erlebt haben. Und jetzt im Februar kann das auch unser Gefühlsleben und unsere Liebesbeziehungen betreffen. Wie sollen wir damit umgehen? Die deutsche Sprache hat dafür ein schönes Mantra. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das heißt, wir sollten uns auch von den wildesten News und den heißesten Skandalmeldungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und einen kühlen Kopf bewahren. Wassermann ist ein Luftzeichen, also eine geistige und intellektuelle Kraft und es wird zunächst viel darüber geredet, was man vorhat oder wie es laufen sollte. Es werden provozierende Thesen geäußert und es gibt Leute, die sich daran freuen, andere aufzuregen. Als Beispiel dafür habe ich dieses Bild aus meiner Kollektion zu Mars im Wassermann, zeige ich euch hier, was die besonders wilde, schräge, aber auch witzige Seite der Wassermannkraft zeigt. Was dann aber von den ganzen Aufregungen letztlich in der Realität und in unserem Alltag ankommt und unser Leben wirklich beeinflusst und verändert, das steht auf einem anderen Blatt. Wir sollten uns alles genau und in Ruhe anschauen und uns die Mühe machen, gründlich darüber nachzudenken, ehe wir in blinden Aktionismus verfallen. Der Wassermann hat auch die Fähigkeit, auf Distanz zu gehen und Dinge von einer übergeordneten Warte aus zu betrachten. Das sollten wir uns zum Beispiel nehmen. Und nicht zuletzt ist es ein humanistisches Zeichen. Das heißt, es geht darum, dass die Menschheit Fortschritte macht und die nächsthöhere Frequenz erreicht. Außerdem gehört zum Wassermann das Elftehaus der Gruppen, der Freunde, der sozialen Netzwerke und des gesellschaftlichen und politischen Engagements. Das Zeichen Wassermann hat eine stark freundschaftliche Komponente, die dabei helfen kann, sich von dunklen Gefühlen wie Eifersucht, Besitzanspruch und dem Wunsch nach Ausschließlichkeit zu lösen. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten, wenn Neuerungen uns Angst machen. Es ist jetzt wichtig, dass wir das Vertrauen in uns selbst und die Menschheit nicht verlieren. Wir starten also in den Februar mit der Sonne im Wassermann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich liebe die Wassermann-Energie. Kein Wunder, ich habe ja auch drei Planeten im Wassermann. Wie geht es euch damit? Postet mir doch mal, wie ihr Wassermann-Menschen so erlebt oder wie es euch ergeht, wenn im Januar und Februar die Sonne im Wassermann steht. Findet ihr die Energie interessant und angenehm oder eher kühl und abgehoben? Nun, Pluto wird schon dafür sorgen, dass die Wassermann-Energie nicht mehr kühl und unnahbar agieren kann, sondern sich committen und engagieren muss. Zum Beispiel in einer Liebesbeziehung oder für eine bessere Zukunft. Am 5. Februar folgt dann Denker Merkur der Sonne in den visionären, exzentrischen Wassermann. Damit hat Pluto gewissermaßen einen Pressesprecher, der verkünden kann, was jetzt ansteht und welche Transformation Pluto geplant hat. Achtet mal drauf, was sich in eurem Umfeld zeigt, worüber die Menschen miteinander reden, wer was weiß und euch erzählt oder auch welche Meldungen in den News sind. Wobei ich empfehle, den Nachrichtenkonsum auf ein gesundes Maß zu reduzieren, um sich nicht verrückt zu machen. Mars und Venus stehen beide noch im Steinbock und sorgen für eine gewisse Bodenhaftung. Die Aspekte zeigen außerdem viel Hilfsbereitschaft an. Wenn ihr also Unterstützung braucht, scheut euch nicht, freundlich darum zu bitten. Ihr könnt auch von Institutionen und Behörden bekommen, was euch zusteht. Der konstruktive Aspekt zwischen den beiden Businessplaneten Saturn und Jupiter hält auch weiterhin an und zwar noch den ganzen Februar über, was sehr erfreulich ist. Das gibt mir Hoffnung, dass die ganze Wassermann-Aufregung sich wenigstens teilweise in eine Form gießen lässt und dass dabei wirklich was Konstruktives herauskommt, vielleicht eine Erfindung oder ein technischer oder auch menschlicher Fortschritt. Wir haben in diesem Monat und noch bis Ende März auch eine besondere Heilungskonstellation. Denn Chiron, der verwundete Heiler, trifft sich mit dem Mondknoten, was schicksalhafte Verbindungen anzeigt, die zur Heilung führen können. Also, wenn ihr zum Beispiel schon länger eine Ärztin oder einen Heiler für ein bestimmtes Problem sucht, könnt ihr nun fündig werden. Und falls ihr selbst in einem Heilberuf tätig seid, werdet ihr von genau den Menschen gefunden, die eure Fähigkeiten jetzt brauchen. Daraus kann sogar eine romantische Beziehung entstehen, und zwar ganz besonders in der Zeit vom 27. Februar bis zum 3. März. All diese kosmischen Kräfte bündeln sich im Wassermann-Neumond am Freitag, den 9. Februar, fast genau zu Mitternacht um 23.58 Uhr. Wir haben zum einen die günstigen Aspekte für Unterstützung und Stabilität, für selbstlose Hilfe und für Solidarität. Und zum anderen zeigt sich in der Neumond-Konstellation die stürmische Zukunft, die laut an die Tür klopft und rüttelt und uns daran erinnert, dass die Luftepoche jetzt begonnen hat und wir als Menschheit einen großen Entwicklungssprung vollziehen dürfen. Denn Uranus, der große Erneuerer- und Chaosplanet, bildet eine elektrisierende Spannung zu diesem Neumond. Das ist sehr inspirierend, kann uns aber auch nervös machen und um den Schlaf bringen. Wie gut, dass der Neumond ein Wochenende einläutet, das gibt uns Zeit, über die Energien zu meditieren oder ein schönes Neumond-Ritual durchzuführen und uns auf die Zukunft einzustellen. Mehr Tipps und Ideen für eure Neumond-Meditation bekommt ihr gleich im Sternzeichen teil. Einen besonderen Tipp habe ich aber jetzt noch. In der ersten Februarwoche und bis zum Neumond gibt es einen besonders günstigen Aspekt für finanzielle Überraschungen. Es könnte sich lohnen, zwischen dem 3. und dem 9. Februar mal das Lottoglück herauszufordern. Einen sehr wichtigen Energiewechsel haben wir am 13. Februar. Dann geht nämlich Mars, unser innerer Krieger, in den Wassermann. Und das ist eine ganz andere Schwingung als zuvor im Steinbock. Mars im Wassermann kämpft für die Zukunft und die Freiheit. Das aber auf seine ganz eigene und unberechenbare Weise. Dabei hat er etwas Lässiges. Gar nicht dieses Soldatische von Mars im Steinbock, der sich als Security-Man eignet und bereit ist, Befehle auszuführen. Wenn man Mars im Steinbock im Griff hat, tut er alles für einen. Mars im Wassermann ist mehr so ein Untergrundkämpfer, ein Rebell. Man kann ihm sagen, was man erreichen will, aber man weiß nicht, was er tun wird, um es zu erreichen. Er kämpft auch lieber mit dem Kopf, zum Beispiel als Computer-Hacker und bleibt auf Distanz zum Gegner. Und wenn er als innerer Krieger mit unseren Anweisungen nicht einverstanden ist, dann wird er sich verweigern. Also das ist nicht so einfach, mit diesem Mars umzugehen. Ein gutes Beispiel ist Elon Musk. Der hat Mars im Wassermann. Er macht, was er will, stößt alle vor den Kopf und treibt definitiv Entwicklungen der Zukunft voran. Astrid Lindgren, die Schöpferin von Pippi Langstrumpf, hatte ebenfalls Mars im Rebellischen Wassermann. Oder Wikileaks-Gründer Julian Assange. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist Mars im Wassermann nicht wirklich aggressiv. Er möchte eigentlich vermeiden, sich physisch schlagen zu müssen. Aber wenn es sein muss, ist er stärker, als man denkt. Wie ist denn eure Erfahrung mit Mars im Wassermann? Wer sich damit auskennt, bitte kommentieren. Da können wir alle noch was lernen. Ich denke allerdings, dass Mars im Wassermann zum jetzigen Zeitpunkt schon eine recht explosive Kraft entwickeln kann, weil er sich mit Pluto und Venus trifft. Und alle drei können einiges bewirken, sowohl in der Gesellschaft als auch in unserem Liebesleben. Darauf gehe ich natürlich nachher in den Sternzeichenhoroskopen noch ein. Am 16. Februar folgt dann auch Liebesgöttin Venus in den Wassermann, sodass rund um den Valentinstag am 14. Februar eine starke Schwingung von Liebe und Leidenschaft in der Luft liegt. Venus und Mars sind dann schon in enger Umarmung und verbinden sich gleichzeitig mit Pluto, der das Ganze noch intensiver macht. Die Valentinsgrüße dürften dieses Jahr ziemlich originell oder vielleicht sogar provozierend ausfallen und Geschenke sind wahrscheinlich schräger als sonst. Nicht wenige werden gar nicht mitmachen, um dagegen zu protestieren, dass die ganze Valentinsgeschichte ja auch eine ziemliche Kommerzveranstaltung ist. Ich bin ja der Meinung, die Liebe kann man immer feiern. Aber wenn wir jetzt etwas Bestimmtes von jemandem erwarten, könnten wir enttäuscht werden. Am besten, wir lassen es auf uns zukommen. Mit Sicherheit wird es rund um den Valentinstag und auch danach noch einige Überraschungen geben. Am 22. Februar hat das kosmische Pärchen Venus und Mars ein ganz heißes Date, aber eben im spacigen Wassermann. Schmeißt am besten eure Vorstellungen davon, wie Romantik zu sein hat, über Bord und seid offen dafür, dass sich in Beziehungen spannende und ungewöhnliche Entwicklungen ergeben können. Vielleicht müssen wir auch vorübergehend mal auf Distanz gehen, was die Liebe und die Sehnsucht umso heißer macht. Und wenn ihr in der Zeit online datet, vergesst nicht, euch bald auch mit der Person zu treffen. Denn jetzt kann man geistig große Liebe empfinden, aber es ist nicht gesagt, ob es dann auch auf der körperlichen Ebene prickelt. Auch das Freundschaftsthema ist großgeschrieben. Vielleicht entwickelt sich aus Freundschaft Liebe oder man experimentiert mit Freundschaft-Plus-Konzepten. Irgendwie ist jetzt in Beziehungen alles möglich, aber wahrscheinlich nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Besonders prickelnd und herausfordernd ist diese Konstellation, wenn ihr wichtige Horoskoppositionen in den Zeichen Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann habt. Die Konstellationen mit Venus, Mars und Pluto haben auch finanziell eine wichtige Bedeutung. Denn Venus ist nicht nur die Göttin der Liebe, sie kümmert sich auch um Werte und Geld. Und wenn Pluto und Mars sich mit ihr verbinden, dann werden die Finanzthemen hochskaliert und erhalten einen riesigen Boost. Das könnte allerdings auch wieder zu einem Bankencrash führen. In der zweiten Monatshälfte mischt auch noch Wachstumsplanet Jupiter mit, was uns dazu verleiten kann, finanzielle Risiken einzugehen. Das wird ein spannender Monat für alle, die gerne spekulieren und was riskieren. Wenn ihr euch dafür näher interessiert, ist mein Mann Ray Merriman der richtige Experte für euch. Er ist Finanzastrologe und hat auch eine deutschsprachige Seite. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Er gibt einen kostenlosen wöchentlichen Newsletter raus. Den solltet ihr unbedingt verfolgen. Wir haben jetzt sowieso aufregende Finanztendenzen, weil Jupiter auf ein mit Spannung erwartetes Treffen mit Uranus im April zuläuft. Und das ist eine hochexplosive Konstellation für die Märkte. Jetzt im Februar tritt vermutlich etwas Beruhigung ein, wenn die Sonne ins sanfte Zeichen Fische geht. Und zwar am 19. Februar um genau 5.13 Uhr am Morgen. Sie zieht dann sozusagen ihre Kräfte aus dem Wassermann ab und sorgt dadurch für eine gewisse Entspannung. Wir versuchen dann nicht mehr, alles nur mit dem Kopf zu regeln, was uns im wahrsten Sinne des Wortes Kopfzerbrechen und Kopfschmerzen bereiten kann, sondern es gelingt uns wieder mehr, unserer Intuition zu vertrauen. Dabei hilft sicherlich auch, dass Denker Merkur am 23. Februar ebenfalls in die Fische wechselt. Unser Denken wird dann wieder gefühlvoller, ganzheitlicher und empathischer. Und es fällt uns leichter, unsere rechte und linke Gehirnhälfte auszubalancieren. Das heißt, Logik und Intuition arbeiten besser zusammen. Den Vollmond in der Jungfrau können wir am 24. Februar dafür nutzen, um auch die Weisheit des Körpers wieder mehr wahrzunehmen und zu integrieren. Das Thema ist die Verbindung von Körper, Seele und Geist. Und auch der Respekt vor Mutter Natur wird von dieser Konstellation angesprochen. Mit unserem Geld sollten wir allerdings rund um diesen Vollmond nicht jonglieren. Es besteht die Gefahr, dass wir zu viel riskieren und hohe Summen in den Sand setzen. Und diese Tendenz hält an bis Ende des Monats. Wer aber jetzt mit den Füßen auf dem Boden der Realität bleibt und sich vielleicht ein schönes Verwöhn-Ritual gönnt, ist auf der sicheren Seite. Auch entspannte Treffen mit Freundinnen stehen rund um den Vollmond unter guten Sternen. Weil es ein Wochenende ist, bietet es sich an, zu schillen, vielleicht lecker und gesund zu kochen und es sich gut gehen zu lassen. Mehr Tipps, wie der Vollmond für euer Sternzeichen wirkt, bekommt ihr gleich im Sternzeichen-Teil. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Februar. Und jetzt kommen wir zu den Sternzeichen-Horoskopen. Wenn ihr für euer Sternzeichen schaut, erfahrt ihr vor allem die Wirkung der Planeten auf eure Sonne. Ihr könnt darüber hinaus auch noch die Deutung für euren Aszendenten anschauen. Da erfahrt ihr eine Einschätzung, durch welche Häuser in etwa die Planeten bei euch gerade laufen. Wenn es noch genauer sein soll, braucht ihr allerdings ein Horoskop auf der Basis eurer Geburtsdaten. Mehr dazu erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Hier sind nun eure Sternzeichen-Horoskope und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wieder-Aszendenten. Hallo, ihr energischen Wiedergeborenen und Wieder-Aszendenten. Ihr könnt im Februar beruflich richtig Gas geben. Später im Monat stehen Spaß mit Freunden und der Clique und sogar spirituelle Themen auf dem Programm. Auch die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir jetzt erleben, scheinen euch zu interessieren und vielleicht wirkt ihr sogar mit. Pluto schenkt euch jetzt für lange Zeit günstige Einflüsse. Und falls ihr darüber mehr wissen wollt, hätte ich hier noch einen Tipp für euch. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des Monats seid ihr wahrscheinlich beruflich gut eingespannt und habt viel zu tun. Dabei scheinen euch geheime Kräfte zuzuwachsen. Und ihr merkt auch, wie euer Einsatz sich finanziell auszahlt. Euch könnte ganz plötzlich ein lukratives Projekt in den Schoß fallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr in der ersten Februarwoche euer Finanzglück versuchen oder sogar Lotto spielen. Mit dem Neumond am 9. Februar im Wassermann werden eure beruflichen und privaten Netzwerke immer wichtiger. Vielleicht feiert ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen ausgelassen Karneval oder könnt bei einer Party hinter den Kulissen beruflich noch ein paar Strippen ziehen. Jedenfalls eignet sich der Neumond sehr gut, um darüber nachzudenken, mit wem ihr wie vernetzt sein wollt, sei es in eurem Freundeskreis oder auch, um in eurer Karriere voranzukommen. Und vielleicht könnt ihr nun auch gemeinsam mit anderen ein vielversprechendes Projekt anschieben. Immerhin wird hier auf lange Sicht Pluto stehen und der verspricht starke Allianzen mit einflussreichen Leuten. Pünktlich zum Valentinstag beginnt eine für euch sehr prickelnde und schöne Zeit mit den Liebesplaneten Venus und Mars, die sich auch auf euren gesellschaftlichen Status günstig auswirken kann. Mars ist ja euer Herrscher und der wechselt am 13. Februar in den Wassermann. Das ist fabelhaft, um mit Kumpels, Freundinnen oder der Clique Abenteuer zu erleben, etwas auf die Beine zu stellen oder einfach Spaß zu haben. Ihr habt dann bis Mitte März eine super Ausstrahlung, sowohl um tolle neue Ideen zu präsentieren, als auch um zu flirten und zu daten, falls ihr Single seid. Die Festliierten unter euch haben dann besonders viel Freude mit ihrem Schatz, wenn sie gemeinsame Interessen teilen, vielleicht sogar zusammen einer Gruppe oder einem Verein angehören und sich dort engagieren. Falls bei euch das Thema Heilung und Gesundheit gerade besonders wichtig ist, sei es, dass ihr in einem Heilberuf arbeitet oder vielleicht eine Ärztin oder einen Heiler für euch selbst sucht, steigen nun die Chancen, dass ihr fündig werdet und gute Verbindungen eingeht. Es kann sogar sein, dass ihr auf dieser Suche die Liebe findet und euch vielleicht in euren Arzt oder die Physiotherapeutin verliebt. Diese besondere Phase mit Chancen auf Seelenverbindungen im Zusammenhang mit Heilung und Gesundheitsthemen hält sogar noch den ganzen März über an. Vielleicht sind es auch Glaubensfragen, die euch zusammenbringen, denn am 19. Februar geht die Sonne in die sanften Fische und aktiviert den spirituellen Bereich eures Horoskops und danach folgen weitere kosmische Kräfte, die dafür sorgen, dass eure Antennen für die geistige Welt besonders empfänglich sind und das noch bis zu eurem Geburtstag. Heilungsthemen können sich auch im Licht des Vollmonds am 24. Februar zeigen, denn er aktiviert physische und mentale Gesundheitsthemen. Ihr könnt also in einer Vollmondmeditation darüber reflektieren, was euch im Leben gut tut und vielleicht auch, wer euch gut tut, weil euer Gesellschaftsleben gerade so aktiv ist. Hier gibt es bis zum Monatsende noch etwas zu beachten. Ihr solltet nämlich Geld und Freundschaft gut auseinanderhalten. Ein angeblich sicherer Finanztipp von Freunden könnte sich als trügerisch erweisen und auch falls Kumpels euch eine riskante Finanzierung mit hoher Dividende vorschlagen, seid lieber vorsichtig. Wenn ihr das beachtet, werdet ihr eine gute Zeit haben. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr sinnlichen Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Der Februar bringt euch viel Fokus auf euren Karriereweg, euer öffentliches Leben und eure Berufung. Aber auch Freundschaften und soziale Netzwerke kommen nicht zu kurz. Pluto wird euch auf lange Sicht große Transformationen bringen. Aber wann und wie genau wird euch der Wandlungsplanet beeinflussen? Da kann euch mein aktuelles Produkt Antworten liefern. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen, durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Transformationsplanet Pluto ist jetzt in den Karrierebereich eures Horoskops gewechselt und wird euch Stück für Stück dabei helfen, den Weg eurer wahren Berufung zu entdecken und dann auch zu gehen. Weil im Moment viel kosmisches Scheinwerferlicht auf eurem öffentlichen Leben liegt, habt ihr wahrscheinlich vollgepackte Schreibtische, Business-Meetings und Dienstreisen. Ihr könnt jetzt richtig glänzen und habt den ganzen Monat über viel Power und Lust, euch zu beweisen. Wenn Stiere einmal in Bewegung sind, dann sind sie ja kaum aufzuhalten. Mit diesem Schwung fliegt ihr durch den Monat. Highlight ist hier die Zeit vom 5. bis zum 22. Februar. Ihr seid super drauf und habt einen tollen Blick auf die größeren Zusammenhänge in eurem Beruf und eurer Berufung. Falls ihr allerdings unzufrieden seid und vielleicht auch schon länger merkt, dass ihr euch beruflich in einer Sackgasse befindet, dann könnte jetzt der innere Druck steigen. Vor allem, wenn es auf den Neumond am 9. Februar einem unabhängigen Wassermann zugeht. Dann ist die Spannung besonders stark spürbar und das kann auch schnell in Frust umschlagen. Versucht euch in einer Meditation zum Neumond auf eine Reise zu eurem Seelenweg zu begeben. Visualisiert einen leuchtenden Pfad und findet heraus, ob ihr auf Kurs seid. Und falls nicht, gibt es kleine oder auch große Änderungen, die ihr vornehmen solltet? Als wäre das nicht schon genug, kommen sich die kosmischen Liebeskräfte Venus und Mars im Laufe des Monats immer näher und das könnte euch neben den vielen Projekten auch noch einen Flirt oder eine echte Romanze am Arbeitsplatz einbringen. Allerdings stehen die beiden angespannt zu euch und das deutet darauf hin, dass sich da auch ein Liebesdrama ereignen könnte, wenn Gefühle verletzt werden. Zum Beispiel, falls ihr fremdflirtet, obwohl ihr einen Partner habt. In dem Fall ist das Homeoffice ein sicherer Ort. Wenn ihr Single und unabhängig seid, gilt der Rat natürlich nicht, im Gegenteil. Ihr streicht euch die Zeit um den 22. Februar rot im Kalender an und ladet den süßen Kollegen vielleicht auf einen Kaffee ein. Es könnte aber auch sein, dass ein Flirt im beruflichen Bereich zu Spannungen im Kollegenkreis oder sogar Nachteilen am Arbeitsplatz führen würde. Dann lasst es ruhig und achtsam angehen. Ab Mitte März kommt wieder mehr Harmonie in der Liebe auf. Ab dem 19. Februar wechselt die Sonne in die sanften Fische und aktiviert euren Freundschaftsbereich. Wahrscheinlich beschwert sich eure Clique eh schon, dass ihr euch in den letzten Wochen so rar gemacht habt. Ihr könnt jetzt mit euren Freunden wieder Energie tanken und endlich von den neuen Projekten und all den aufregenden Sachen im Büro erzählen. Den Februarvollmond haben wir dann am 24. Februar in der pragmatischen Jungfrau, die super günstig für euch steht und euch fragen wird, wann ihr euch eigentlich das letzte Mal kreativ ausgetobt habt. Kunst ist für euch ein wichtiges Ventil, das ihr nicht zu sehr vernachlässigen solltet. Wenn ihr euch nicht selbst künstlerisch betätigt, wie wäre es denn dann mal wieder mit einem Museumsbesuch oder in einer Galerie vorbeizuschauen. Zum Monatsende kann es eine heikle Situation in eurem Freundeskreis oder Verein geben. Vielleicht benötigt jemand eure Hilfe oder ein Problem muss gelöst werden. Die Sterne versprechen aber, dass ihr mit eurer klugen und beruhigenden Art zügig eine Lösung finden werdet. Bringt euch also gerne ein. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr lebhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Ein spritziger und abwechslungsreicher Monat erwartet euch, indem ihr vielleicht zu einer tollen Karnevalsparty verreist oder mit eurem Schatz ein romantisches Valentinswochenende verbringt. Ende des Monats geht es dann um den Weg eurer Seele und eure Work-Life-Balance. Transformationsplanet Pluto wird euch in den nächsten Jahren mit enormer Schubkraft versorgen. Aber wann genau bildet er direkte Aspekte zu euch? Fragen, auf die mein aktuelles Produkt die richtigen Antworten liefert. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Februar wollt ihr raus aus eurem Alltag und mal was anderes erleben. Pluto steht jetzt im Wassermann und leistet hier der Sonnegesellschaft. Ihr könnt mit eurer großen mentalen Stärke wahrscheinlich schon einige Rückschlüsse ziehen, wie diese neue Energie bekannte Glaubenssätze aufbricht. Vielleicht folgt ihr schon dem ein oder anderen unkonventionellen Lehrer oder philosophischen Gruppen, die sich mit fortschrittlichen Ideen beschäftigen. Mehr noch als sonst fühlt ihr euch davon angezogen, um eure intellektuelle Neugier zu befriedigen. Eure grauen Zellen haben bis zum 19. Februar eine absolute Hochphase und ihr solltet das für Weiterbildungen nutzen oder auch, um selbst zu schreiben und eure Gedanken zu Papier zu bringen. Besonders intensiv werdet ihr das zum Neumond am 9. Februar im Wassermann spüren. In diesen Tagen müsst ihr auf jeden Fall auch für einen Ausgleich sorgen, damit eure Nerven nicht überstrapaziert werden und ihr nur schlecht Ruhe findet oder nicht schlafen könnt. Versucht es mit einer Meditation zum Neumond, bei der ihr euch konzentriert den neuen Ideen hingebt, die euch in den Sinn kommen. Dabei solltet ihr euch gleichzeitig darin üben, die Energien zu kanalisieren und zu strukturieren. Auch mit Atemtechniken könnt ihr jetzt toll arbeiten, um eure Kräfte zum Fließen zu bringen. Grundsätzlich ist der Februar ein toller Monat für euch und ihr steht richtig unter Strom mit der vielen Wassermann-Energie, denn die fließt in Harmonie zu euch und ihr genießt das auch. In der Liebe wird es spannend, wenn das kosmische Liebespaar Venus und Mars pünktlich zum Valentinstag beide in euren Lebensbereich für Reisen und Horizonterweiterung wandern. Besucht doch mit eurem Schatz dieses Jahr mal eine tolle Kunstausstellung oder eine Galerieeröffnung oder noch besser, verreist einfach direkt und macht einen Städtetrip, um euch von der Kunst vor Ort inspirieren zu lassen. Wie wäre es mit Paris als Stadt der Liebe? Auch Singles können jetzt von Amors Pfeil getroffen werden. Bei allem, was euch kulturell anregt, könnt ihr jetzt besondere Menschen treffen, und zwar vor allem in der Zeit vom 16. bis zum 22. Februar. Ab dem 19. Februar bekommt ihr eine superproduktive Phase auf eurem Karriereweg, weil die Sonne in die empathischen Fische wandert und euch von da aus für die nächsten vier Wochen auffordert, euch nicht nur um ferne Sandstrände, sondern auch um euren Erfolg zu kümmern. Schließlich steht dort auch Prüfungsplanet Saturn, der euch auffordert, mit euren Projekten nicht in Verzug zu geraten. Wenn ihr wichtige berufliche Termine koordinieren müsst, empfehlen euch die Sterne die Zeit zwischen dem 23. und dem 29. Februar. Ihr seid dann besonders überzeugend und es fällt euch leichter, als sonst euren Standpunkt klar und willensstark durchzusetzen. Auch eher ungeliebte Aufgaben gehen euch dann leichter von der Hand. Also nutzt die Energie. Am 24. Februar haben wir dann noch den Vollmond in der pragmatischen Jungfrau. Im Licht dieses Vollmonds können sich Herzensprojekte und berufliche Ideen besonders deutlich zeigen und ihr erkennt, wo ihr euch mit euren Wurzeln verbinden solltet, statt nur in visionären Träumen von der Zukunft zu verweilen. Möglich auch, dass familiäre Themen wichtig werden, zum Beispiel in welchen Bereichen ihr Unterstützung von der Familie erhalten könntet. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fürsorglichen Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Der Februar bringt euch den Wunsch nach mehr Verbindlichkeit in euren Beziehungen und anregende Stunden zu zweit. Aber auch eure finanziellen Möglichkeiten können jetzt Thema werden. Gleich schauen wir uns das näher an. Wenn ihr euch für den großen neuen Plutotransit durch den Wassermann interessiert und euch vielleicht auch schon mal gefragt habt, wie der Wandlungspanet euer persönliches Leben transformieren wird, dann habe ich hier noch einen Tipp. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen, durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. In der ersten Monatshälfte habt ihr prickelnde Impulse aus eurem Partnerhaus und viel Fokus auf den wichtigen Beziehungen in eurem Leben. Singles haben bis zum 15. Februar tolle Energien zum Daten und Flirten. Vielleicht solltet ihr die ein oder andere Karnevalsveranstaltung besuchen, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt. Es kann euch auch gut jemand über den Weg laufen, der sonst vielleicht nicht in euer Beuteschema passt. Es ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um sich auch mal auf was Neues einzulassen. Den Neumond am 9. Februar im originellen Wassermann könnt ihr super dazu nutzen, um euch mit eurem inneren Erleben und den tieferen Aspekten des Lebens auseinanderzusetzen. Stress kann es in diesen Tagen mit eurem Freundes- oder Bekanntenkreis geben, weil vielleicht euer Kalender gerade einfach zu voll ist und ihr keine Zeit für Unternehmungen mit der Clique findet. Macht trotzdem nicht den Fehler und sagt Dinge zu, die ihr nachher nicht einhalten könnt, denn das bringt euch noch mehr in Stress, als einfach mal Nein zu sagen. Am besten entspannen könnt ihr mit alten Freunden, die ihr schon lange und gut kennt. Verbindet euch in einer Meditation zum Neumond mit eurer inneren Quelle und versucht Ruhe und Frieden in euch selbst zu finden. Für alle Krebsgeborenen und Krebsaszendenten, die sich in einer Partnerschaft befinden, kann die Zeit ab dem Valentinstag, also ab dem 14. Februar bis Mitte März, besonders anregend fürs Liebesleben werden. Auch beruflich und bei euren sonstigen Vorhaben habt ihr im zweiten Monat des Jahres tolle Möglichkeiten. Ab dem 5. und bis zum 22. Februar habt ihr Supersterne, um ein Projekt zum Laufen zu bringen und ihr habt tolle Ideen und traut euch vielleicht auch mal an ein herausforderndes Thema heran. Vielleicht kümmert ihr euch endlich um Verträge, die schon länger ausgearbeitet werden müssen oder es geht vielleicht auch um ein Erbschafts- oder Tabuthema, was ihr immer auf irgendwann mal verschoben habt. Versucht bis zum 19. Februar noch ein paar rationale Dinge abgearbeitet zu bekommen, denn dann wandert die Sonne in die verträumten Fische und ihr taucht für die nächsten vier Wochen tief in euren Fantasie-Ozean und schwärmt von weißen Stränden und Kokosnüssen. Auf Themen wie zum Beispiel Kaufverträge für die neue Photovoltaikanlage habt ihr dann wirklich keine Lust mehr. Auch in euren Liebesbeziehungen bringt die Zeit ab dem 19. Februar wunderschöne Tendenzen. Ihr seid in romantischer Stimmung und falls ihr gemeinsam mit eurem Schatz oder eurer Liebsten Pläne in die Tat umsetzen wollt, solltet ihr euch den 22. Februar merken. Da seid ihr nicht nur in sehr erotischer Stimmung, sondern es kann auch um ernsthafte Themen mit viel Tiefgang gehen. Bevor der Monat zu Ende geht, haben wir am 24. Februar noch den Vollmond in der strukturierten Jungfrau und der bringt einen ordentlichen Schuss Realitätssinn in eure Kommunikation. Ihr könnt euch dann leichter konzentrieren und falls es Missverständnisse oder Unstimmigkeiten gegeben haben sollte, könnt ihr die im Licht des Vollmonds erkennen. Bis zum 28. Februar stehen die Sterne sehr günstig für Urlaubsplanungen und um sich sowohl aufs Datum als auch auf ein Reiseziel zu einigen. Hier kommen dann Fantasie und Struktur zusammen und es läuft alles wie am Schnürchen. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr majestätischen Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Im Februar dreht sich alles um die Beziehungen in eurem Leben und es kann zwischenzeitlich auch ein bisschen Liebeschaos und Drama geben. Bevor wir uns das und alle weiteren Tendenzen näher anschauen, habt ihr eigentlich schon im Kopf, wann genau der mächtige Pluto beginnen wird, eure Seelenpartnerschaften zu transformieren? Für alle, die da neugierig drauf sind, habe ich einen wichtigen Tipp. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Februar liegt Liebe in der Luft und egal, ob ihr in festen Händen oder nur am Daten seid, ihr heizt in der kalten Jahreszeit die Stimmung um euch herum ganz schön auf. Gerade die ersten Juli-Löwen bemerken schon wahrscheinlich was von Plutos Transit oder die, die ihren Aszendenten in den ersten Graden des Löwen haben. Ihr spürt wahrscheinlich schon, dass sich da was tut. Singles sollten den Karneval auf jeden Fall zum Daten und Flirten nutzen und auch alle liierten Löwen werden wohl zur fünften Jahreszeit nicht nur zu Hause sitzen. Ihr habt sicher viel Spaß, eine lustige Zeit und genießt die Leichtigkeit des Seins. Falls aber eure Beziehungssituation unklar oder unbefriedigend ist, kann es zu Momenten der Frustration oder sogar Streitigkeiten kommen, vor allem Ende des Monats. Versucht hier, klare Verhältnisse zu schaffen. Wenn ihr eine Beziehung in eurem Leben habt, die euch unheimlich wichtig ist, aber bei der es Probleme gibt, dann könnt ihr toll mit dem Neumond am 9. Februar in eurem Partnerhaus Wassermann arbeiten. Das Gleiche gilt, wenn ihr eine neue Energie in euer Leben ziehen wollt, egal ob einen guten Freund oder einen romantischen Partner. Verbindet euch in einer Meditation mit der Energie des Neumondes und stellt euch die Frage, wie würde ich mich fühlen, wenn ich in einer romantischen Beziehung wäre? Oder was würde ich empfinden, wenn ich ein tolles Verhältnis zu meinem Chef hätte? Oder was darf sich in meiner Beziehung wandeln und was soll genauso bleiben, wie es ist? Versucht euch dieses Bild vorzustellen und ein gutes Gefühl dabei zu empfinden. Der Valentinstag am 14. Februar verspricht aufregende Stunden für euch. Ein super erotisches Knistern liegt in der Luft, auch in eurem Job. Vielleicht habt ihr gerade einen Flirt am Arbeitsplatz, der sich zum Jahrestag der Liebenden intensiviert. Falls ihr in einer Beziehung seid, kann es aber auch zu einem Drama aus gekränktem Stolz kommen. Etwa wenn es um eine Kollegin oder einen Kunden geht, von dem ihr vielleicht in letzter Zeit besonders oft redet. Euer Schatz könnte sich unerwartet eifersüchtig zeigen. Deshalb fasst ihn mit Samthandschuhen an. Das ist nicht der Moment, um Grundsatzdiskussionen zu führen. Stattdessen solltet ihr euch gegenseitig zeigen, wie sehr ihr einander begehrt. Spätestens ab dem 19. Februar glätten sich dann die Wogen wieder und euer Schatz beruhigt sich. Denn die Sonne wandert in die harmonischen Fische und trifft sich dort mit dem strengen Saturn. Verlässlichkeit und Romantik sind zum Monatsende ein großes Thema für euch. Besonders rund um den 22. Februar schmiedet ihr große Pläne in euren festen Beziehungen. Die Singles sollten auf jeden Fall daten. Auch online. Geht auf jeden Fall mit offenen Augen durch die Welt. Wichtige Seelenpartner können jetzt euren Weg kreuzen. Der Vollmond am 24. Februar findet in eurem Nachbarzeichen Jungfrau statt und bringt wieder ein bisschen mehr Nüchternheit und Realitätsbezug rein. Ihr könnt euch mit euren Finanzen beschäftigen, aber auch mit eurem Selbstwert. Der Vollmond lädt euch ein, euch selbst zu erlauben, sensibel und sanft zu sein. Zumindest gelegentlich. Rund um den 28. Februar habt ihr dann tolle Energien, um euch näher auf euren Partner einzulassen und tiefe Gespräche zu führen. Nutzt die Zeit, wenn ihr euch nach noch mehr Verbindlichkeit oder spannenden erotischen Momenten in eurer Beziehung sehnt. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr hilfsbereiten Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Diszipliniert und zielstrebig beginnt ihr euren Februar, besonders wenn es um eure Gesundheit und eure Routinen geht. Doch zum Monatsende könnte Amors Pfeil euch direkt auf dem Crosstrainer treffen und dann läuft es doch nicht so, wie erwartet. Denn im Februar wartet euer persönlicher Supervollmond auf euch und der kann selbst die besten Pläne durcheinanderwirbeln. Bevor wir uns das näher anschauen, habt ihr euch eigentlich schon mal mit den Möglichkeiten beschäftigt, die sich für euch durch den neuen Pluto-Transit ergeben? Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop, so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr startet klar und fokussiert in den Februar. Eure Terminkalender sind aktuell und nichts entgeht eurem scharfen Blick. Im Job seid ihr wahrscheinlich im Moment auch ziemlich eingespannt. Das ist für euch eine superproduktive Phase, in der ihr viel bewegen und euren Einflussbereich erweitern könnt. Gerade ab dem 5. Februar habt ihr eine tolle mentale Phase, die euch zu geistigen Höhlenflügen anregt. Ihr seid super stimuliert und findet die größte Freude an euren eigenen blitzschnellen Gedanken und eurer Kombinationsgabe. Bis zum 19. solltet ihr euch an knifflige Probleme wagen, egal ob im Job, in Beziehungen oder sonstige Herausforderungen, die euer Alltag bereithält. Falls ihr mit Fasching und Karneval nicht so viel anfangen könnt, wäre eine Fastenkur rund um den Neumond im Wassermann ideal. In einer Meditation könnt ihr euch auch energetisch von allem trennen, was euch in eurem täglichen Schaffen nicht mehr dienlich ist. Verbindet euch mit der hochfrequenten Energie von Erfinder Uranus und schickt euren Geist auf eine Reise. Zum Valentinstag steht euch der Sinn vielleicht nicht so sehr nach ausufernder Romantik. Stattdessen beschäftigen euch möglicherweise Zukunftsfragen und ihre ganz praktischen Auswirkungen auf euer Leben. Kleiner Tipp, eine kulturelle Veranstaltung oder ein Besuch in einer Galerie kann romantisch sein und euch inspirieren, wenn der richtige Mensch an eurer Seite ist. Die Romantik schleicht sich dann aber doch noch auf leisen Sohlen in euer Leben, denn am 19. Februar wechselt die Sonne in euer Partnerhaus in die sanften Fische und das geht euch ans Herz. Drei Tage später haben Venus und Mars ein intensives Date und da kann schon mal der Liebesblitz einschlagen. Gerade dann, wenn und wo man es am wenigsten erwartet. Alle Singles sollten auf jeden Fall in der Zeit zwischen dem 21. und 25. Februar etwas unternehmen und nicht zu Hause bleiben. Und auch die Liierten unter euch sollten offen für Spontanität und Überraschungen sein, auch wenn euch das meistens ja eher suspekt ist. Aber auch für alle, die kreativ arbeiten, ist es eine sehr ergiebige Phase, in der ihr Projekte schnell und mit viel Einfallsreichtum abhandeln könnt. Euer wichtigster Beziehungsvollmond des Jahres findet am 24. Februar statt. Er bietet sich an, um euch selbst etwas Gutes zu tun oder euch verwöhnen zu lassen. Denkt immer dran, die Liebe der anderen fließt, wenn ihr euch selbst liebt. Vielleicht könnt ihr euch zum Beispiel eine Massage gönnen und auch bewusst Ballast loslassen, den ihr gerade auf der mentalen Seite durch die Gegend schleppt. Der Monat endet mit einem Dreierdate von Sonne, Denker, Merkur und dem konstruktiven Saturn in eurem Partnerhaus, den Fischen. Jetzt könnt ihr supergut ernsthafte und produktive Gespräche mit wichtigen Menschen in eurem Leben führen. Wie soll es weitergehen und wie sieht der gemeinsame Weg aus? Das gilt nicht nur für romantische Beziehungen, sondern wäre auch ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch mit eurer Führungskraft. Fokussiert eure Energie und überlegt euch, in welche Richtung ihr gehen wollt. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charmanten Vage-Geborenen und Vage-Aszendenten. Ihr gehört im Februar zu den absoluten Gewinnern der kosmischen Lotterie. Die viele Wassermann-Energie regt euch künstlerisch und kreativ stark an. Vielleicht müsst ihr sogar aufpassen, vor lauter Geistesblitzen nicht die Bodenhaftung zu verlieren und euch nicht in eurer gestalterischen Arbeit völlig aufzulösen. Und das ist erst der Anfang, denn Pluto wird langfristig diesen kreativen Trend fortsetzen. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie er sich jetzt in eurem persönlichen Horoskop auswirkt, habe ich hier noch einen wichtigen Tipp für euch. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop, so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen, durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Den ganzen Februar über seid ihr mental stark angeregt und auch eure Kinder und jüngere Menschen in eurem Leben lassen euch so richtig das Herz aufgehen. Karneval und die närrische Zeit können dieses Jahr total euer Ding sein. Einfach mal abschalten, die Seele baumeln lassen und sich kreativ an einem Kostüm oder einer Faschingsdeko so richtig austoben, das kann euch jetzt gefallen. Singles, die auf der Suche nach einem Flirt oder vielleicht auch mehr sind, werden garantiert im Jeckentreiben fündig. Und auch alle Liierten unter euch werden sicher tolle Bekanntschaften machen und viele anregende Gespräche führen. Für euch ist es auf jeden Fall ein guter Rat, das Unerwartete zu erwarten. Falls ihr einen Kinderwunsch haben solltet, dann kann das diesen Monat ebenfalls ein großes Thema werden. Gerade zum Neumond am 9. Februar im Zukunftszeichen Wassermann solltet ihr euch in einer Meditation mit dem Thema beschäftigen, ob ihr etwas oder jemandem das Leben schenken wollt. Das muss nicht immer Nachwuchs in Form von Kindern sein. Es könnte auch ein neues kreatives Baby sein oder ein neues Hobby, was von euch in die Welt gebracht werden will. Zum Valentinstag seid ihr in angeregter Stimmung. Vielleicht beschließt ihr dieses Mal, den Tag ganz anders anzugehen als sonst und spürt das Bedürfnis, mit alten Traditionen zu brechen und neue zu schaffen. Warum auch nicht? Die Luftepoche hat schließlich begonnen und Pluto wird euch jetzt immer wieder dazu anregen, die Zukunft mitzugestalten. Merkt euch auch die Tage rund um den 22. Februar. Da ist die Verbindung von Venus und Mars am innigsten und das bei euch im Haus der Liebe, Erotik und Kreativität. Da prickelt es bestimmt ganz gewaltig. Ab dem 19. Februar wird es insgesamt energetisch etwas sanfter. Die wilde Karnevalszeit ist vorüber und die Sonne wandert in die verträumten Fische. Ihr wirbelt dann vielleicht auch nicht mehr ganz so schnell und kümmert euch lieber wieder mehr um eure Gesundheit und euer Sportprogramm. Vielleicht habt ihr es in den letzten Wochen ein bisschen zu gut gemeint mit dem vielen Feiern. Und weil die Tage ja auch langsam länger werden, wollt ihr natürlich fit und in Form für den Frühling sein. Am 24. Februar haben wir noch einen spannenden Vollmond in der sensiblen Jungfrau, der bei euch in den Bereich für Spiritualität und Träume fällt. Ihr könnt jetzt ein großes Ruhebedürfnis verspüren oder aber einen ganz intensiven, kreativen Schub, den ihr dringend ausleben wollt. Wer sich von der Muse küssen lassen möchte, der sollte sich zwischen dem 22. und 25. Februar mit seiner inneren Führung verbinden. Dabei können richtig tolle Dinge herauskommen, wenn ihr euch drei Tage in euer Atelier einschließt. Zum Monatsende erinnert euch der strenge Saturn daran, dass ihr euren Kopf auch wieder aus den Wolken heraus und zurück in die Realität nehmen müsst, auch wenn ihr darauf vielleicht nicht so wirklich Lust habt. Für euch wird es nicht nur diesen Monat, sondern auch in Zukunft eine wichtige Lernaufgabe, Pflicht und Kür gut auszubalancieren. Da könnt ihr direkt schon mal üben. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr scharfsinnigen Skorpion-Geborenen und Skorpion-Ascendenten. Rechnet im Februar mit viel Action bei euch zu Hause und es wird sicher auch die ein oder andere Überraschung in eurer Familie geben. Außerdem hat nun der wichtigste Transit überhaupt für euch begonnen, nämlich von eurem Herrscher Pluto. Wenn ihr euch dafür interessiert, welchen Bereich er in eurem individuellen Horoskop transformieren wird und wann seine Aspekte für euch wirken, dann habe ich hier noch einen wichtigen Tipp für euch. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Februar beginnt mit viel Fokus auf euren familiären Strukturen und eurer Wohnsituation. Vielleicht seid ihr gerade dabei, ein Zimmer zu renovieren oder eins eurer Kinder möchte sich wohnlich verändern. Weil Pluto jetzt ja auch in eurem Lebensbereich für Wurzeln und Wohnen steht, können auch grundlegende Veränderungen in eurem Heim und eurer Familie stattfinden. Wenn es hier ein Thema gibt, egal ob wohnlicher oder familiärer Natur, das ihr gerne ändern möchtet, dann wäre der Neumond im unkonventionellen Wassermann am 9. Februar ein guter Zeitpunkt, um euch damit zu beschäftigen. Visualisiert in einer Meditation euer Heim so, wie ihr es gerne haben möchtet und versucht, es so positiv wie möglich zu halten. Der Gedanke, dass ihr zum Beispiel weniger Stress mit eurem Vermieter möchtet, ist dabei nicht zielführend. Versucht es mit einem optimistischeren Mindset. Ihr könntet stattdessen formulieren, ich habe ein gutes und entspanntes Verhältnis mit meinem Vermieter. Generell könnt ihr die Dinge jetzt sehr neutral und sachlich beurteilen, was euch auf jeden Fall dabei hilft, Entscheidungen zu treffen, die gut durchdacht sind. In der Liebe bringt euch die Zeit rund um den Valentinstag viel Knistern und Experimentierfreude. Und ihr könnt in euren Beziehungen den Halt und die Stabilität finden, die ihr vielleicht gerade braucht, um andere Baustellen zu meistern. Ihr seid in diesen Tagen offen für neue Erfahrungen in euren Beziehungen, egal ob Single oder fest liiert. Wenn ihr euch auf ein kleines Abenteuer einlasst oder gemeinsam mit eurem festen Schatz in der Liebe etwas Neues ausprobiert, werdet ihr es sicher nicht bereuen. In der zweiten Monatshälfte kann es zu Spannungen kommen, mit euren Mitbewohnern, Kindern oder Nachbarn, oder ihr wollt euch einfach weniger von anderen in eure Angelegenheiten reinreden lassen. Machtplanet Pluto wird euch auf jeden Fall dabei unterstützen, für eure Freiheit einzustehen, auch wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht ohne Diskussionen über die Bühne geht. Ab dem 19. Februar wird es dann versöhnlicher und harmonischer, denn dann wechselt die Sonne in die einfühlsamen Fische und wenn sich die Fronten in euren vier Wänden ein bisschen verhärtet haben sollten, dann sind alle Seiten jetzt wieder lösungsorientiert und versöhnlicher. Für die nächsten vier Wochen habt ihr dann schöne und konstruktive Energien und wenn es gerade mit euren Kindern nicht so einfach war, dann könnt ihr den restlichen Monat kreative und lustige Stunden mit eurem Nachwuchs verbringen. Den Februarvollmond haben wir dann am 24. in der zuverlässigen Jungfrau und damit in eurem Horoskopbereich für Freundschaften und soziale Gruppen. Nutzt das Vollmond-Wochenende, um Zeit im Kreis von Menschen zu genießen, die euch gut tun und mit denen ihr auch mal lachen könnt. Das gleicht euch energetisch wunderbar aus. In eurer Clique könnt ihr jetzt auch viele anregende Impulse erhalten. Nehmt euch einen Rat ruhig mal zu Herzen. Zum Monatsende habt ihr dann sehr viel kreative Energie, die aber auch gleichzeitig eine ernsthafte und strukturierte Note hat. Das ist eine tolle Möglichkeit für alle, die sich mal wieder ihren Hobbys widmen wollen. Zum Beispiel endlich die Gitarre stimmen oder den Tennisschläger neu bespannen lassen und dann müsst ihr nur noch loslegen. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr lebenslustigen Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Neugierig und weltoffen seid ihr im Februar und die Stimmung ist gut. Ihr könnt eurem Wissensdurst frönen und interessante Leute treffen. Auch prickelnde Flirts sind möglich. Gegen Ende des Monats werden familiäre Verpflichtungen wichtig. Der große neue Pluto-Transit dürfte für euch viele positive Auswirkungen haben. Falls ihr mehr über Plutos Macht in eurem Horoskop lernen wollt, dann könnte euch dies hier interessieren. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Im Februar wird eure kluge und wissbegierige Seite aktiviert und ihr seid rhetorisch richtig stark. Besonders ab dem 5. Februar kann man euren Gedanken förmlich beim Sprühen zusehen und das wirkt sich positiv auf euren Selbstwert und auch auf eure Karriere aus. Wichtige geschäftliche Termine solltet ihr zwischen dem 5. und dem 16. Februar abhalten. In dem Zeitraum habt ihr besonders günstige Sterne, wenn es um Geld oder Anlagen geht. Es ist auch eine super Phase für euch, um zu investieren, vor allem in euch selbst und euer Wissen. Bis zum 19. Februar ist es sehr empfehlenswert, einen Kurs oder eine andere Form von Weiterbildung zu besuchen. Was interessiert euch aktuell und auf welchen Gebieten wollt ihr mehr lernen? Käme vielleicht das Thema Finanzastrologie für euch in Frage? Über all diese Themen könnt ihr wunderbar in einer Meditation zum Neumond nachdenken. Der findet am 9. Februar im visionären Wassermann statt und regt euch geistig stark an. Das hilft euch dabei, größere Zusammenhänge zu erfassen und vielleicht spannende neue Erkenntnisse zu erhalten. Kurz vor dem Valentinstag am 14. Februar denkt ihr vielleicht noch, es würde sich nichts Besonderes ergeben, aber lasst euch überraschen. Denn die Liebesplaneten Venus und Mars bringen sich nun in Stellung und bald fängt es in eurem Alltag an zu prickeln. Haltet mal die Augen in eurer unmittelbaren Umgebung offen. Da können sich für den Rest des Monats die schönsten Flirts ergeben. Und wenn ihr fest liiert seid, dann tut mal alltägliche Dinge, wie zum Beispiel Einkaufen gehen, gemeinsam. Dabei werdet ihr feststellen, wie viel mehr Spaß es macht. Gut möglich, dass ihr doch noch eine schöne Valentinsüberraschung bekommt. Am 19. Februar wechselt die Sonne in die romantischen Fische und aktiviert damit den Familien- und Heimatbereich eures Horoskops. Ihr kommt jetzt wieder mehr raus aus dem Denken und rein ins Fühlen, wenn es um eure Zuhause und eure Wurzeln geht. Ihr seid dann in kuscheliger Stimmung und lebt das auch gerne mit eurem Partner oder den Kindern aus. Für die Liebe bieten sich weiterhin tolle Chancen. Das kosmische Pärchen Venus und Mars kommt sich immer näher und hat ein heißes Date am 22. Februar. Ihr könntet jetzt unverhoffte Liebesnachrichten erhalten oder unerwartet in einen heißen Flirt hineinrutschen. Freut euch, sowas versüßt doch den kalten Winter. Und für die Singles kann sich daraus auch mehr ergeben, wer weiß. Worte und Taten werden jetzt generell gefühlvoller und bleiben trotzdem konstruktiv. Wenn wir am 24. Februar den Vollmond im vernünftigen Zeichen Jungfrau haben, bedeutet das für euch, dass ihr besonders genau und präzise in eurem Job sein dürft. Vielleicht zeigt sich im Licht des Vollmonds auch eine wichtige berufliche Verantwortung, die euch zu denken gibt. Das könnte euch etwas stressen, weil ihr lieber schnell und viel erledigt, statt jede Nuance einzeln abzuwägen. Es ist aber eine gute Übung für euch in Geduld und Präzision. In den letzten Februartagen kann es in eurer Familie zu ernsthaften, aber vielleicht auch anstrengenden Gesprächen kommen. Es ist eine einfühlsame und gleichzeitig strenge Energie. Ideal, um euren Kindern oder Mitbewohnern zu erklären, dass ihr zwar Verständnis dafür habt, dass sie nicht putzen oder aufräumen wollen, die Aufgaben aber trotzdem getan und fair verteilt werden müssen. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr ambitionierten Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Für euch geht die produktive Phase aus dem Januar noch weiter. Außerdem stehen wichtige Finanzthemen auf der kosmischen Agenda. Pluto ist nun fast endgültig aus dem Steinbock heraus, aber wo wird er sich in den nächsten 20 Jahren in eurem Horoskop befinden und welche Bereiche wird er transformieren? Falls euch das interessiert, habe ich hier noch einen wichtigen Tipp. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die produktive Phase vom Januar setzt sich auch im Februar für euch weiter fort. Egal, ob es eine berufliche Verantwortung oder eine besonders schöne und angenehme Aufgabe ist, vieles dürfte euch zu eurer Zufriedenheit gelingen. Vielleicht ist euer derzeitiges Herzensprojekt auch eine wichtige Liebesbeziehung oder etwas, was ihr mit euren Kindern vorhabt. Ihr könnt jetzt gut und strukturiert über alles sprechen, Pläne machen und dann zuverlässig daran arbeiten. Und ihr habt jede Menge guter Ideen. Noch bis zum 12. Februar unterstützt euch außerdem Powerplanet Mars, um mit voller Kraft voranzukommen. Die Singles unter euch erfreuen sich einer besonders verführerischen und gleichzeitig seriösen Ausstrahlung. Wenn ihr jetzt datet, wollt ihr eure Zeit nicht mit kurzfristigen Abenteuern verplempern, sondern seid offen für längerfristige neue Beziehungen. Das kommt gut an. Besonders vielversprechend ist hier die Zeit bis zum 15. Februar. Und zum Valentinstag erreichen euch bestimmt prickelnde Grüße. Der Neumond am 9. Februar im Wassermann lenkt eure Energie auf Themen rund um Finanzen beziehungsweise auch das Selbstwertgefühl. Was braucht ihr, um euch reich und wertvoll zu fühlen? Läuft das nur übers Geld oder sind euch auch Freundschaften oder ein guter Familienzusammenhalt hohe Werte? Darüber könnt ihr zu Neumond meditieren. Tatsächlich beginnt mit dem Neumond für den Rest des Monats eine besonders günstige Finanzphase. Mitte Februar kann euch ein großer Abschluss gelingen, denn in eurem Finanzhaus trifft sich Venus, der auch Werte und Besitztümer unterstehen, mit Powerplanet Mars und Transformator Pluto, was alle Geldangelegenheiten im großen Stil skalieren kann. Vielleicht tätigt ihr eine wichtige Investition oder nehmt einen wohlüberlegten Kredit auf. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr nicht zu aggressiv vorgeht und die Sache jederzeit unter Kontrolle habt. Wenn es Unsicherheitsfaktoren gibt, solltet ihr Zurückhaltung üben. Gerade im letzten Monatsdrittel könnte es euch passieren, dass ihr es mit den Geldsummen oder dem Risiko übertreibt. Ihr könnt eine große finanzielle Sache starten, aber die hat dann auch langfristige Konsequenzen. Das Ganze muss also gut durchdacht sein. Die Zeit bis zum 22. März ist übrigens auch günstig, um Zahlungen anzumahnen, die euch zustehen. Ihr müsst aber auch eure eigenen finanziellen Verpflichtungen sorgfältig einhalten. Am 19. Februar tritt die Sonne in die Fische ein. Das verfeinert eure Kommunikation und macht euch empathisch und fantasievoll. Das kann vor allem für diejenigen von euch hilfreich sein, die weiterhin unter dem Einfluss von Chiron stehen. Er zeigt euch, dass auch ihr ausdauernden Steinböcke nur Menschen mit Schwächen und Fehlern seid. Ein Krankheitsgeschehen, vielleicht geht es auch um die Pflege eines bedürftigen Familienmitglieds, kann euch stark beschäftigen und diese Aufgabe dürft ihr dann auch liebevoll annehmen. Dabei bekommt ihr gute kosmische Unterstützung. Der Vollmond in der Jungfrau am 24. Februar kann euch hier wichtige Einsichten und neue Perspektiven schenken. Vielleicht findet ihr nun endlich die passende Ärztin oder den passenden Heiler oder könnt ein Pflegeproblem klären. Auch könnt ihr die Vollmond-Meditation nutzen, um über solche Themen nachzudenken. Wenn das alles gerade gar nicht ansteht, ist es auch ein toller Vollmond, um generell Pläne zu machen, zum Beispiel für eure nächste große Reise. Denn Saturn hilft dabei, dass eure Ideen und Eingebungen Hand und Fuß haben. Und diese angenehmen Tendenzen halten noch bis zum Ende des Monats weiter an. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr originellen Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Februar Geburtstag habt. Das kosmische Scheinwerferlicht ist jetzt voll auf euch gerichtet. Transformator Pluto ist ja vor ein paar Tagen in den Wassermann gewechselt und nun treffen sich auch noch Venus und Mars leidenschaftlich bei euch im Zeichen. Wichtig für euch wäre auch zu wissen, wann genau Pluto Aspekte zu eurer Sonne oder eurem Aszendenten bildet. Und da habe ich was für euch. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen, durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Euer entscheidendes Motto im Februar ist Feiern, Lieben und euch am Leben erfreuen. Die neue energetische Ausrichtung, die ihr bekommt, weil Pluto jetzt in eurem Sonnen- oder Aszendentenzeichen steht, wird sich wohl erstmal ein bisschen ungewohnt anfühlen und euch vielleicht auch ein bisschen überfordern. Eine gute mentale Ausrichtung ist jetzt wichtig für euch. Eure Gedanken erschaffen eure Realität. Und je positiver ihr durch euren Alltag geht, desto besser ist eure Resonanz mit dem Universum. Euer wichtigster Neumond des Jahres findet am 9. Februar in eurem Zeichen statt und das ist eine tolle Möglichkeit, den Samen für das neue Lebensjahr zu legen. Nehmt euch die Zeit für euch selbst und befasst euch mit der Frage, wie euer Leben in einem Jahr aussehen soll. Wo wollt ihr sein und wie wollt ihr euch fühlen? Was wünscht ihr euch und was darf sich verabschieden? Ich würde euch neben einer Meditation zum Neumond auch ein kleines Ritual empfehlen. Zum Beispiel ein Vision Board zu gestalten mit den Zielen, die ihr euch für euer neues Lebensjahr vornehmt. Rund um den Valentinstag am 14. Februar beehren euch die Liebesplaneten Venus und Mars mit ihrer erotischen und geselligen Energie. Und so werdet ihr diese Zeit sicherlich nicht allein verbringen. Egal ob ein romantisches Date, ein super Abend mit der Clique oder vielleicht auch eure Geburtstagsfeier. Ihr verzaubert jeden, den ihr wollt und sprüht vor Charme und Energie. Die Zeit bis zum 19. Februar ist übrigens nicht nur super für eure privaten Beziehungen, sondern auch ein toller Zeitpunkt, um wichtige berufliche Termine wahrzunehmen. Ihr seid jetzt einfach sehr überzeugend und habt tolle Ideen. Nutzt die Phase auf jeden Fall aus. Idealerweise legt ihr Präsentationen und Meetings vor den 23. Februar. Am 19. Februar verlässt euch die Sonne dann schon wieder und wandert in euer Nachbarzeichen die verträumten Fische. Auch wenn noch viel Energie in eurem Zeichen bleibt, wird es doch ein bisschen stiller bei euch. Aber vielleicht ist das auch okay für euch, weil ihr nach dem Feiermarathon jetzt nicht mehr direkt im Scheinwerferlicht steht und wieder ein bisschen durchschnaufen könnt. Rund um den Vollmond am 24. Februar bekommt ihr nochmal einen super Energieschub und kosmischen Glow. Ihr hypnotisiert jetzt einfach jeden, dem ihr über den Weg lauft mit eurer außergewöhnlichen Ausstrahlung. Nutzt das für Dating, egal ob Single oder Liiert. Wenn ihr vollen Schub vom Kosmos bekommt, solltet ihr die Zeit nicht allein zu Hause verbringen. Falls ihr euch in einer Situationship befindet, aber eigentlich etwas anderes wollt, dann kann der Vollmond ein echter Wendepunkt werden. Die Zeit um den 28. Februar ist spannend für eure Finanzen und Investitionen. Ihr seid jetzt super strukturiert und wenn euch rund um den Tag interessante Investitionsmöglichkeiten begegnen, könnt ihr zuschlagen. Unter einer Bedingung, ihr dürft nicht finanziell leichtsinnig werden und alles auf eine Karte setzen. Falls ihr euch nicht sicher seid, nutzt die Aspekte, um eure Steuererklärung zu machen. Privat könntet ihr jetzt zu hitzigen Diskussionen und Rechthaberei neigen. Lebt diese Energien lieber auf der erotischen Ebene aus oder durch gemeinsame Abenteuer mit dem oder der Liebsten. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr empathischen Fischegeborenen und Fische-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Februar Geburtstag habt, besonders an die Geburtstagskinder vom 29. Februar, die ihren Ehrentag am tatsächlichen Datum feiern können. Im letzten Monatsdrittel beginnt eure Partyzeit. Vorher steht euch der Sinn vielleicht etwas mehr nach Rückzug, Reflexion und Stille. Und eure Intuition ist besonders ausgeprägt. Falls ihr mit der Energie von Pluto konstruktiv arbeiten wollt, dann wäre es vielleicht gut zu wissen, wie der große Transformator euer ganz persönliches Horoskop aktiviert. Da habe ich noch einen nützlichen Tipp für euch. Entdecke jetzt deine geheimen Superkräfte. Im großen Pluto-Horoskop so transformierst du dein Leben. Erfahre, wie Plutos einzigartige Wandlungskräfte in den nächsten drei Jahren dein Leben beeinflussen durch Liebe, Erfolg, Krisen und spirituelle Erlebnisse. Pluto weckt ungeahnte Kräfte. Finde heraus, wie er dich zur Selbstermächtigung führt und dir Erneuerung schenkt. Sichere dir jetzt dein Pluto-Horoskop bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findest du hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Zu Beginn des Monats habt ihr noch viel zu tun mit eurem sozialen und beruflichen Netzwerken und euren Freunden. Doch auch ein inneres Bedürfnis nach Rückzug macht sich immer mehr bemerkbar. Gerade ab dem 5. Februar könntet ihr wichtige Botschaften in euren Träumen erhalten. Legt auf jeden Fall Zettel und Stift oder Smartphone bereit, damit ihr alles gleich am Morgen aufschreiben könnt. Auch falls ihr das Klarträumen erlernen oder üben wollt, ist die Zeit bis zum 19. Februar super. Probiert es doch mal aus. Wichtige Botschaften aus der geistigen Welt könnt ihr besonders gut zum Neumond am 9. Februar im visionären Wassermann erhalten. Verbindet euch in einer Meditation am besten mit eurer inneren Quelle oder eurem geistigen Helferteam. Euch fällt es jetzt vielleicht ein bisschen schwerer, in der normalen Welt zu bleiben und nicht zu viel in Tagträume abzutauchen. Aber das sei euch auch vergönnt, denn mit schönen Ideen und einer guten Schwingung lässt sich vieles besser durchleben. Für spirituelle Arbeit ist es grundsätzlich ein super Monat. Gerade bis zum 22. Februar ist euer Draht zum Universum besonders durchlässig. Es sind allerdings nicht die besten Wochen, um grundlegende Entscheidungen für euer Leben zu treffen oder um neue Verpflichtungen einzugehen. Zum Valentinstag kann es sein, dass euch der Sinn gar nicht nach Gesellschaft steht, aber ihr solltet dennoch die Liebe feiern. Denn die Liebe ist die höchste Schwingung und dafür seid ihr auf jeden Fall gerade sehr empfänglich. Am 19. Februar morgens um 5.13 Uhr wechselt die Sonne in euer Zeichen und dann wird es langsam Zeit, aus eurem Elfenweinturm zurück in die Gesellschaft zu kommen und euch von euren Freunden und eurer Familie hochleben zu lassen. Ein neues Lebensjahr beginnt und damit auch ein neuer kosmischer Zyklus. In den nächsten vier Wochen geht es um euch. Feiert euch und lasst euch feiern. Ab dem 23. Februar ändert sich die Energie. Dann seid ihr wieder entscheidungsfreudig und bis zum Monatsende unterstützen euch die Sterne, falls ihr euch in einem Lebensbereich durchsetzen oder ein Machtwort sprechen müsst. Ihr seid dann strenger als sonst mit euren Worten und habt eine ungewohnt ernsthafte Note in eurem Wesen. Von der sanften Romantikerin oder dem verständnisvollen Heiler ist in den Tagen weniger zu spüren. Falls ihr beruflich oder privat wichtige Termine koordinieren müsst, dann würde ich euch die letzte Februarwoche auf jeden Fall empfehlen. Und vielleicht stellt ihr ganz erstaunt fest, wie andere positiv darauf reagieren, dass sie jetzt wissen, woran sie mit euch sind. Am 24. Februar haben wir den Vollmond in eurem Partnerhaus Jungfrau. Und da dreht sich dann alles um die wichtigen Beziehungen in eurem Leben, egal ob romantischer Natur, eure Weggefährten oder wichtige berufliche Beziehungen. Hier könntet ihr euch darauf konzentrieren, alles loszulassen, was ihr nicht in euer neues Lebensjahr mitnehmen wollt. Schreibt euch alles von der Seele und verbrennt den Zettel anschließend. Ihr werdet erstaunt sein, wie leicht ihr euch dann fühlt. Ansonsten lasst es euch gut gehen und genießt die Energie, die euch die Sonne in eurem Zeichen schenkt. Das waren eure Tendenzen im Februar. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Und hier kommt der Service-Teil mit dem Gewinnspiel Tipps und Terminen. Ich hoffe, meine kostenlosen Sternzeichenhoroskope haben euch gefallen. Wenn ihr euch darin jedoch nicht wiederfindet, dann käme für euch ein Horoskop auf der Basis eurer individuellen Geburtsdaten in Frage. Oder eine persönliche Beratung, allerdings mit Wartezeit. Auf meiner Homepage könnt ihr euch umfassend über alle PDF-Horoskope und Beratungen informieren. Den Link findet ihr hier auf der Infokarte, in der Videobeschreibung und beim Podcast in den Shownotes. Das derzeit sicher wichtigste Produkt ist mein Pluto-Horoskop. So transformierst du dein Leben. Das würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch umfassend informieren wollt, wo Pluto jetzt in eurem Horoskop unterwegs ist und welche Lebensbereiche er beeinflussen wird. Und es ist für drei Jahre gültig. Wenn ihr es noch nicht habt, solltet ihr es euch jetzt bis zum 29. Februar mit 20% Rabatt sichern, um zu schauen, wohin Plutos Reise euch führt. Alle Infos gibt es auch hierfür auf der Infokarte und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Wenn euch meine tollen Sternzeichenbilder gefallen, dann könnt ihr die jetzt auch als Poster bestellen oder vielleicht auch jemandem zum Geburtstag schenken. Es gibt verschiedene Größen, auch für den kleinen Geldbeutel. Schaut euch doch mal im Shop um und den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und den Shownotes. Der nächste Livestream ist für den 7. Februar geplant. Dann sende ich wieder aus Deutschland und wir können den Neumond im Wassermann und die ersten Auswirkungen von Pluto, Venus und Mars genauer anschauen. Und ihr könnt auch live ein persönliches Horoskop als PDF gewinnen. Aus Datenschutzgründen müsst ihr euch dazu vorher anmelden und auch das habe ich in der Videobeschreibung und den Shownotes verlinkt. Jetzt kommen wir zum Gewinnspiel des Monats. Diesmal verlose ich ein Partnerhoroskop. Er stellt für euch und euren betreffenden Herzensmenschen auf der Basis eurer Geburtsdaten. Und so könnt ihr mitspielen. Postet mir hier einen konstruktiven Kommentar, zum Beispiel wie ihr den Aufbruch in die Luftepoche empfindet. Und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Vergesst dabei nicht, das Benachrichtigungsglöckchen zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und jetzt habe ich noch Empfehlungen zum Schluss. Schaut euch auf jeden Fall das Special über Pluto im Wassermann an mit der ausführlichen Deutung für alle zwölf Sternzeichen und Aszendenten. Und das Video vom letzten Livestream ist auch sehr erhellend. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. 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 Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank.